Sky Sport Fantasy, das Briefing vor dem 13. Spieltag. Wie jede Woche erwarten euch natürlich unsere Fantasy News. Wir erzählen euch, was wir von der Partie Leverkusen gegen Dortmund von dem Kracher des Wochenendes erwarten. Natürlich ist dann darüber hinaus klar, die Bayern sind Favorit, die Leipziger sind Favorit, die Stuttgarter sind Favorit. Welche drei Player-Picks wir aber fürs Wochenende euch ans Herz legen würden, wer unsere Geheimtipps sind, erfahrt ihr natürlich jetzt in der Show. Also ab auf den Link, viel Spaß!